Deckmantel Fachkräftemangel Rösler FDP will Zuwanderung noch mehr erleichtern CDU-Politiker Peter Müller Das Boot ist immer noch nicht voll Berlin-Saarbrücken Politiker von CDU und FDP wollen die Zuwanderung nach Deutschland unter dem Deckmäntelchen des Fachkräftemangels weiter erleichtern. So sagte FDP-Chef Philipp Rösler der Wirtschaftswoche Wir müssen jetzt dringend handeln und die Zuwanderung von Fachkräften deutlich erleichtern. Auch der saarländische Ministerpräsident Peter Müller, CDU, gab dem Fokus bekannt, dass er für eine weitere Liberalisierung des Zuwanderungsgesetzes ist. Das Boot ist immer noch nicht voll. Wir spüren, dass unser Boot nicht hinreichend besetzt ist. So der CDU-Politiker. Demnach sollen nach Vorstellung der beiden Politiker die Einkommensgrenzen zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts von derzeit 66.000 Euro pro Jahr auf 40.000 herabgesetzt werden. So viel muss ein ausländischer Experte verdienen, um nicht nur eine permanente Aufenthalts-, sondern auch Arbeitserlaubnis zu erhalten. Bisher kommen gerade einmal rund 170 hochqualifizierte ausländische Fachkräfte pro Jahr nach Deutschland. Diese Zahlen sind ernüchternd. So FDP-Chef und Wirtschaftsminister Rösler. Einen Verdrängungswettbewerb zu Ungunsten der einheimischen Deutschen sieht er nicht. Allen muss klar sein, Vollbeschäftigung können wir nur erreichen, wenn wir attraktiv für qualifizierte Zuwanderer sind. Peter Müller forderte demgegenüber eine Zuwanderung unter bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten. Dabei geht es nicht nur um High Potentials, sondern es wäre auch für den Pflegebereich gut, wenn qualifizierte Menschen sich bei uns eine neue Heimat schaffen wollen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gäbe es derzeit einen erheblichen Mangel an Fachpersonal bei Ingenieuren und Ärzten. Auf Bundesebene ist ausschließlich die CSU noch gegen eine Lockerung der Zuwanderungsregeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017